Samstag, 3. August, 14 Uhr, Preußen-Monstag gegen 1. FC Kaiserslautern, 3 zu 2. Max Schulze, Neuhaues, Julian Schauerte, Ole Kietner, Simon Scherter, Niklas Heidenmann, Kevin Rodgues, Ries, Heinz Hörschel, Friedolin Wagner, Serge F. Eskan, Ruf Hart, Darian Sohoff, Lukas, Luka, Schnellenwache, Leland Grill, Leland Grill, Jossi, Junior, Matvila, Dominic Schatz, Gino Frischner, Philipp Hecher, Karlo Schickenecker, Janik Bachmann, Manfred Schickake, Timmy Thiele, Florian Pick, Christoph Haar, Himmlein, 16 Uhr an 50.